raus aus den eigenen vier wänden unterwegs an der frischen luft und dazu noch neue kontakte und ein eis das alles ermöglicht unsere malteser rickscher älteren menschen mit eingeschränkter mobilität sie werden von unseren ehrenamtlichen mit einer speziell für senioren ausgestatteten erikscher an für sie sonst nicht mehr erreichbare ziele gefahren alles klar sie kennen sich hier aus oder hervorragend die rickscher hat ihren standort im berg am land heim und steht für ausflüge in der umgebung zur verfügung das angebot ist kostenfrei jetzt geht's los wunderbar toll schau mal da ist fußball also ich finde es sehr angenehm wenn man gefahren wird ja auf jeden fall wie ist es mal sehr schön wunderbar traumhaft ja 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 Bis zum nächsten Mal.